Hey Leute! Herzlich Willkommen zu unserem neuen Video. Heute haben wir ein 10 Atem von Reitdarm Video für euch. Und wir haben wirklich viel Arbeit da reingesteckt. Also wir hoffen, dass es euch gefällt. Und lasst uns gerne Feedback in den Kommis da. Oder schreibt Videobünsche oder sonst was rein. Und wir würden uns sehr freuen. Genau, und über einen Daumen nach oben würden wir uns auch sehr freuen. Und wie ihr wisst, ist länger keins mehr kommen. Das liegt daran, weil wir gerade nicht so viel Zeit gehabt haben. Aber dafür kommt heute eins. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß bei dem Video. Genau. Achso, ja, bevor ihr vorspult oder sonst was. Als nächstes werden wir wahrscheinlich ein Turniervorbereitungen-Video drehen. Und dann nun Follow-me-around-Turnier. Und das in zwei Wochen ist das erste Turnier. Also wird in zwei Wochen ein Video kommen. Genau, wir wünschen euch jetzt viel Spaß beim Video. Und bis bald. Los geht's. Mama, komm mal ganz schnell her. Ja, was ist denn? Ich mag bitte die Fliegenohren, die Schabracke, dann die Schabracke, dann die Flieslandasen und die Gamaschen. Ja, aber wenn wir gerade dabei sind, magst du dir auch noch ein neues Pony? Ja doch, gerne. Und dort ist es ein Pony? Ja, klar. Okay, dann kauf ich das morgen, gell? Okay, danke. Tschüss. Oh, sieh, die schausten Buschel wieder auf. Wirklich? Ja, dreckig. Ih, die lag in der Arm. Hä? Was ist hier los? Boah, sein Neuerstück kam ich mit Haus und das Haus bereit. Ich hab gar keine Angst mehr. Es ist eine Pfeifung. Ja, ist eine Pfeifung. Komm, geh mal weiter. Ich geh mal wieder heim. Geh mal noch zu den Pferden schnell. Okay, aber du nimmst die Pfeifung. Nee, ich bin nicht. Okay, ja, kann. Okay, komm hier. Scheiße, ist der groß. Der ist ganz lieb, keine Sorge. Er hat mich geblieben. Er hat mich geblieben. Der ist ganz lieb. Geh mal lieber zu dem Pony. Ja, kann man auch gerne. Der ist ganz lieb. Haha, der ist ja noch größer. Guck mal. Warte. Ich weiß, alles besser ist. Nein, danke. Er ist wunderschön. Ach, endlich wieder Larsen. Ein Jahr weuje ich mich hier. Da ging ich erstmal den großen und ministerin. Ja. Oh Gott, ich weiß den eigenen Tag, ich bin ab! Sein eigenen Tag! Oh Gott, was soll ich anfangen? Oh Gott, ich hab nur fünf Stunden, ich hab nur fünf Stunden. Was soll ich denn alles machen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ich hab nichts, nichts. Ich hab kracht. Ah, du mein Marschen. Die Marschen sind wunderschön. Hier können wir auch mal drücken. Ja. Oh Gott, du! Oh! Ah, ab jetzt ok! Mein Arschlack ist eine neue Estabrück-Kollektion. Ah, Profi... Profi... Profi! Hey, hör auf, mein Färzen auf! Nee, der gar nicht. Hä, ich lobe den nur. Nein, du haust den eben. Du bist auch nicht fair. Du kannst es loben. Nein, eben nicht. Dann lobe du mal. Oh, nicht zu zimperlich, du kleines Mäuschen. Ja, hallo, Lucky. Hallo. Oh, Baby. Ui, ganz schön eng, hä? Ähm, hier ist von euch schon klar, dass es Fallschung ist. Fallschung? Ja, sicher. Ich kann mal einen Schabracken kaufen. Uh, die ist aber schön. Nein, das ist meine. 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 Ich bin die. Nein, meine. Das ist die. Nein. Alles. Das ist mein Superstückzweig. Nein, die will. Die. Nein. Gib die hier rein. Das hier ist auch rein. Das hier auch. Okay, ich gehe mal wieder. Tschüss. Was läuft bei der Schie? Ah, hallo, Lisa. Hallo, Yasin. Na, hallo. Und, wie war es auf deinem Turnier? Gut, bei dir? Ja, also, ich bin so zufrieden, weil ich war ja mit dem Lucky die erste zwei Sterne ab. Ja. Und da hatte ich dann eine 6,6 und war dann mit der Wertnote, ähm, 5 da. Und, oh, das hat mich so gefreut. Ich bin so glücklich. Und bei dir? Ja, bei mir war es auch gut. Was hast du für eine Wertnote? Und welcher Platz? Ähm, Wertnote 7,8. 7,8? Ja. Und dann bin ich nach ersten einmal dritter geworden. Ja. Glückwunsch. Danke. Hallo. Komm hoch. Ende. Toni, bleib da. Tanalo. Geh, aber doch zum Lucky. Ach, Pferd, die schau so gut aus. Ganz Lucky. Du musst lauter reden. Lange nicht an. Noch mal neu. Lucky. Nein, 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 nein. Lass die Kamera. Du musst lauter reden. Okay, dann komm her. Der ist auch ganz zufrieden. Ah, der ist ja noch größer. Nein. Lass ihn. Weil du von ihm Angst hast. Komm hoch. Scheiße. Danke. Ja, danke, dass ihr alle Abhauts pferdet. Super. Mach's. Toni. Hallo. Ui, schön. Ähm, dir ist vielleicht schon klar, dass es falsch rum ist, aber egal. Nein, es ist richtig rum. Nein, eben nicht. Oh, das habe ich nicht vor. Tschau. Ich habe auch schon gar schon von dir ab. Das ist scheiße. Nochmal neu. Kacke. Komm mal. Ah, zwei. Seit einem Jahr nicht. Stau, nochmal neu. Das war ja scheiße. Ah, das war ja schon. Vielen Dank.